hallo meine freunde und zwar heute machen wir das video da wir zusammenarbeiten mit dem oriacos.de es ist für uns wichtig dass wir eine größere gruppe werden clubs und alles und somit zeigen wir ein bisschen unser video uns ist es wichtig dass verschiedene autos in unserem club kommen und wir verschiedene treffs machen wie zum beispiel mit den autos in irgendwelche tankstellen was auch erlaubt ist und so wie die regel hat über die corona auch läuft und wir machen halt jetzt ein kleines video und somit gibt es immer wieder was neues von uns macht subscribe bei unserer seite wir freuen uns auf neue freunde damit wir größer werden wir tun auch die autos tunen und versuchen auch alles zu beantworten also falls an fragen kommen können wir es auch beantworten wir arbeiten mit firmen zusammen sei es ölwechsel oder egal was was mit auto zu tun hat hat somit haben wir interesse auf eure fragen und antworten gerne auch zurück